Hallo, heute ist der 24. Dezember, also das letzte Adventskalender zwischen unseres Kalenders hat sich geöffnet für euch. Und in diesem Video gibt es eine kleine Überraschung und vor allen Dingen werden wir den ersten, zweiten und dritten Platz unseres Kalenders verlassen. Also, schönes Video ganz gucken, da meldet ihr extra noch, ob vielleicht du oder ihr gewonnen habt. Und jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß mit meinen Kolleginnen und Kollegen und ihr Weintanzen unseres kleines Weintanzen. Viel Spaß! Léstor Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020